Habt ihr gemeinsame Kinder oder nicht? Also wie sie mir erzählt hatte, hatten wir eigentlich zusammen ein Kind, der heißt Mike Dustin. Eigentlich, ihr wollt mir sagen, ihr wisst nicht, ob ihr ein gemeinsames Kind habt, kennst du Mike Dustin? Ja. Wir sprechen über einen Geist, es gibt keinen Mike Dustin. Dann ist das Problem, sie hat immer gesagt jedem, dass wir zusammen einen Sohn haben. Gibt es denn da ein Kind, von dem du weißt, wie es aussieht? Nein.